dürfte der woche sind wieder da ja freunde willkommen zurück auf meinem kanal mein name ist dennis aka fraganstock der unerreichter doch wiedererkannte und einzigartige fraganstock jetzt dürfte der woche wieder eine oder wie das eine woche um und ja welche dürfte habe ich getragen da ist eigentlich ganz simpel diese woche gewesen es war einfach der warme woche aber das muss ich glaube ich jetzt nicht mehr erwähnen die wochen die jetzt kommen werden warm bleiben gehe ich von aus in hamburg weiß man das aber nicht deswegen sage ich immer eine warme woche und ja aber wir haben jetzt seit vier fünf wochen wirklich gutes wetter und warmes wetter und ja die dürfte die ich getragen habe sind dafür ganz gut angebracht so und der erste kommt von chanel und es war alle edition blanche ja das ist eigentlich ihr müsst eigentlich nicht viel zu diesem duft wissen das ist ein zitronenkuchenduft ja kennt ihr zitronenkuchen kennt ihr diesen duft wirklich süße zitrone da müsst ihr wirklich aufpassen mit den wespen wirklich das ist kein scherz aber er ist lecker aber was will man von chanel auch anders erwarten richtig lecker richtig nice hat eine gute ausstrahlung hält sieben bis acht neun stunden das ist das eau de parfüm und für die leute die oft gefragt haben immer bei diesem duft oder parfüm und wirklich sehr geiler duft und ihr werdet darauf auch angesprochen weil der ist nice und dadurch dass er süß ist und trotzdem zitronenkuchen riecht bei richtiger hitze passt es und fakt ist dass ein mann den auch gut tragen kann so der nächste dürfte ist der signatur von papa steve mcqueen wer den kennt viele werden ihn vielleicht nicht kennen aber ja die insider und ich kenne ihn und sein duft ist das original war also von aller feinsten dieser duft barbershop feeling old school aber eine qualität absolut nice immer noch nice zu tragen christian die ich kann einfach nicht mehr dazu sagen und er ist einfach lecker und hier das ist einfach qualität und der ohr ist für mich einfach die beste designer woher die es gibt das ist schon sehr nice gemacht und egal welche und wer diesen leichten barbershop grün muss ich würzig nicht so stark frisch dadurch interessen möchte unbedingt machen unbedingt machen sehr gerne duft der nächste ist ja laura biaggiotti romamo ja das ist mein duft das hatte ich ja schon letztens erwähnt ich liebe diesen duft das war mein erster duft der bei mir im schrank stand und noch mal vorweg natürlich habe ich job um eingedieselt mich von meinem onkel jungle man neben mal und so weiter aber dann kam dieser duft das ist der duft vom dog roma umo so behaltet das das ist der duft vom dog das ist es wird immer mein duft bleiben ich habe so viele komplimente als jüngerer mann junge wie auch immer bekommen und es sind einfach erinnerungen wie gesagt ich bin vielleicht nicht mit dem goldenen löffel geboren und so weiter aber die story trotzdem dahinter dieser duft hat mich immer aufgemuntert und ja was soll ich sagen es ist nice es ist absolut nice geiler duft ach so bevor ich das vergesse wer die noch nicht kennen sollte das ist ein vanille mandarinen duft man darin ist schön süß richtig geile süße vanille und was soll ich das so auch der flakon ist geil ich werde ich habe noch die vintage version ich muss sagen die winter version ist nur ein tick tiefer sonst ist fast ähnlich geblieben wirklich ich finde im sommer kommt er richtig gut dann hält er wirklich seine acht stunden aus das ist geil und ja ich werde mir noch ein 200 ml holen weil ich muss den einfach haben wer weiß ob der jemand eingestellt wird also der wird natürlich verramt der kostet nicht viel aber denkt nicht dass das ein schlechter duft ist nein das ist absolut nice dann kommen wir zu einem duft wieder von chanel das ist immer der duft ich sag's wenn ihr nicht wisst was ihr tragen wollt oder ihr seid ihr steht davor wenn ihr mehrere dürfte sagt man was soll ich das tragen alle um sport extreme geht immer so tragt ihnen einfach es ist einfach fakt dass dieser einfach es ist ein frischer saubermann duft aber in chanel style so ein bisschen bleistift note cremig wieder frisch ach man so nevea style dann im back und sage ich ja mal zu habe ich auch noch nie erwähnt aber ist wirklich so und ja das ist so ein unkomplizierter duft der geht einfach immer und der kommt gut an jeder fragt dich was trägst du für einen duft der ist wirklich gut und ihr fühlt euch richtig gut damit so und wenn ihr scheißt tag habt dieser duft so zu guter letzt habe ich letztes auch schon erwähnt zara orange ist ich habe den ausgiebig jetzt getestet und für 17 euro hält der seine sechs bis acht stunden aus und wenn es warm ist der umhüllt euch das ist sowas von nice eine süße orange wirklich von aller feinste das hätte ich nicht gedacht ihr müsst mal schreiben wer den auch habt ich habe wirklich ein ich muss das erwähnen einen drecks sprühe hier guck mal da geht das ist dreck das muss ich sagen ist nicht gut ich habe aber auch keinen bock den zurück zu schicken oder wegen des das geht schon aber sagt ob ihr das auch habt vielleicht ist das ja standard gemüse fakt ist aber da kann man drüber wechseln 17 euro weil hier drin ist diese flüssigkeit dieser saft ist einfach nice und ja hier steht das drauf ich finde das vielleicht ein bisschen unpraktisch weil wenn es ein tester wäre okay aber beim original hier ja weiß nicht ob man das alles drauf schreiben muss auch hier mandarine ingwer amber schwer zu lesen moschus moos ja hier ist alles drauf ohne moos nichts los und ja geil absolut nicer duft was soll ich dazu sagen er kommt wirklich gut an und ja es ist auch ein gutes warm ist ja da schreibt mal runter ihr kennt das wie spiel das alte rein und hell gespielt was habt ihr so getragen und dann denke ich mal kommt gut in die nächste woche entspannt und dann sehen wir uns abonnieren abonnieren